Auf zum Kapitän Vorerde! Oh, ein Radioakult. Das ist unsere Chance. Boer hat sich von seinem Elite-Guard beobachtet. Er ist vulnerabel. Geh ihn raus. Das ist unsere Chance. Boer hat sich von seinem Elite-Guard beobachtet. Er ist vulnerabel. Geh ihn raus. Bei 3 hin kann er das bitte nicht machen. Sollen wir dir ein Pflaster mitbringen, Kaffi? Wo sieht man eigentlich, wieviel Minuten Munition man hat? Unten rechts. Auch wieder total klein. Ja. Da siehst du, wieviel Munition gerade im Magazin ist und dann wieviel du sozusagen noch auf Tasche hast. Oh, 67 reicht. Du warst abgehackt. Sehr gut. Hallo. Wollte ich nicht hin? Ach du Scheiße. Was ist der Kaffee? Ich habe auf ein explosives Fass geschlagen, als ich daneben stand. Das ist logisch. Kann ich hier was tun? Sesam, öffne dich! Du hast den Panzer gehoben. Aber wozu? Damit wir unten drunter gehen können. Oder? Wer ist mir? Oder wir gehen hier rauf und dann fallen wir runter. Habe ich das kaputt gemacht? Du hast es kaputt gemacht, Miami. Oh. He he. Aber was bringt uns das jetzt, dass du es kaputt gemacht hast? Du siehst nicht. Vielleicht bringt das uns das, dass die das halt nicht haben. Hm. Es ist aber zu, zu, so weird gewesen. Du musst halt... Oh. Hallo Trafi. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie dann was mit passieren sollte. Sind wir nicht von hier gekommen, Katta? Wir können hier hinten runter. Komm mal zurück. Wir können hinten runter. Ja. 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 Zurück. 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 Schnell. 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 Ein Geheimweg hat sie geöffnet. Nimmstige Spionage. Äh. Ja. Immerhin hat sich Loot geöffnet. Da müssen wir jetzt... Da müssen wir jetzt... Da müssen wir draußen mit dem Aufzug, der draußen ist, äh, runterfahren. Wie kommt... Wie... 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 Raus nochmal durch die Tür? Hier auf der Seite. Einfach Space spammen. Oh Gott. Gott. Aber hey, wir haben was gefunden. Jaaaa. 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 Achtung Tat. Ruhe sein. Gehen wir jetzt nicht wieder zurück? Rafi? Ja? Gehen wir nicht wieder zurück? Nein. 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 Hallo. Der würde unser Blut saugen. Das ist ein Vampir. Jaaaa. Meinst du? Ich fang ihn voll zu. Ne. Weil das von Travi würde ich nicht trinken wollen. Das ist ja... Hallo. Nicht rein. Nicht rein? Lass ihn rein rein. Ein Rein ist... Travi ist kein Reinblut? Ist das ein Schlammblut oder was? Travi der Schlammblüter. Was läufst du so? Wie kommen denn die jetzt da her? Da vorne. Da vorne. Da vorne. Laust die... Die... Ähm... Manchmal aktivieren die Viecher auch automatisch... Äh... Manuell den... Ähm... Alarm. Wenn die an Sondersteuerungskonsole gehen. Okay. Den kann man aber dann auch wieder deaktivieren. Den Alarm. Denk ich schon. Oh! Erschreck mich doch nicht zu Travi. Loot. Katlas brauchen Loot. Warum brauchen Katlas Loot? Überfall. Ja. 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 Ich hab dich gerade entdeckt. Deswegen. Ja. Ich weiß. Das hab ich mit Absicht gemacht. Sagst du Travi nicht mehr? Riecht Travi streng? Nein. Ich war nur gucken. Nicht, dass es wieder her ist. Ich guck mich nicht genau um. Aber irgendwie, du guckst dich nicht genau um. Kannst du den treffen, Kind? Ich hab mal den Alarm ausgemacht. Danke. Den ihr angelassen habt. Sachen gibt's. Nichts! Das ist das! Ein Alarm aktivieren! Als ob sie das nicht gehört hätten. Weil er schon mal an war vor allen Dingen. Weiß du, das ist so, ooh the Alarm war einmal an! Na ja, es würde schon wieder alles gut sein. Ja genau. congratulate dich! Oh! Was war das? Ne, ich bin so weit geholt. oldes, altes, meines, Oah. Was ist das? Ich bin so weit geholt, dass der Boss Wo ist der denn? Ach da unten Ihr macht das schon mit dem Boss Ihr könnt uns mit einem Weg oder mit dem Boss Kamehameha Was ist das? Was ist das? So Der Lump Da kommt aber noch ein Lump Wir leben noch ein paar Lumpen, die jetzt danach, nachdem der Boss getötet wurde ankommen Ja Ihr habt unser Schaf getötet Au! Irgendwas hat mir gerade richtig in den Rücken geschossen Was schießt mich denn hier an? Ja, das ist schwierig zu erkennen finden Wir finden Wir finden Die kommt von allen Seiten jetzt runter Meine Güte Ist jetzt mal gut Ist hier noch irgendwo Loot? Oh, wo kommst du denn her? Hahaha Oh, da ist noch Loot Wuuu Hat der noch Freunde gefunden da hinten? Nee Ne Der da so Leuchtkugeln anmacht So Grüne Warnsignale Oh, warte mal! Hier ist ein Geheimnis Warte, halt, halt, halt Guckt mal Seht ihr das? Ja Sehr gut Das ist ganz viel Loot! Oh, wenn jetzt was zum Hacken her wäre, dann könnte ich die ganzen Schlinge hier aufmachen. Später. Ja, später. So. Ich komme jetzt wieder raus. Die Wand hoch. Okay. Was ist denn, wenn ich hier so rumrutsche? Ja. Wenn du in volles Bild gerutscht bist. Da hinten ist Unterröhre, da müssen wir eh rein. Ja. Heiße, wir können jetzt erstmal noch ein bisschen weiter umschauen. Bisschen fairer Bang und sowas damit. Wie, wie? Hallo, die Herrschaft! Weiter. Oh Gott! Bisschen verjagt gerade. Ja, ein bisschen. Oh. Sarkassi. Sarkassi. Sand halt. Ab durchs Rohr! Das ist doch G-Set. Gut. Nee, hier ist das Ende. Ja, wir müssen ja langsam doof sein, ne? Ja. Hier ist noch Loot! Bisschen lacht wie eine Hexe. Äh, unsere, äh, Justizvollzugsbeamtin und Hexe. Justizvollzugsbeamtin mit Hexen-Lache. Justizvollzugs... Äh, vergessen. Bevollmächtigte. War's nicht Beamter? War's bevollmächtig? Ja, ich bin bevollmächtig. Ist das denn, dass wir hier schon mal waren? Nein! So ähnlich, ja. Das ist, das ist ein bisschen Map-Lose-Fightling, ne? Wir müssen da rüber. Ja, hier ist das Ende, oder? Das Ende der Welt. Ah, ja. Tada! Oh, angefixt. Spiele für zwei Stunden. Ja, bist du angefixt? Ja. Schon ein bisschen. Letztendlich, ich muss wirklich sagen, zusammen macht's echt viel mehr Spaß als alleine. Ja, aber ich lese immer alles so schnell und so schnell will ich den Skillen und Mods und Waffen und ich... Naja, aber dafür kann ich das ja in Ruhe einmal angucken. Genau. Also das ist auch, glaube ich, wirklich ein Spiel, wo wir ohne Probleme in Ruhe alleine... Also, es werden dann irgendwann so Missionen kommen, dass wir auf die Erde kommen und in einer Pseudo-Open-World rumlaufen und dort Missionen machen können, halt immer wieder, immer wieder. Und, ähm, da kann man halt auch, denke ich, viel farmen, muss man vielleicht auch viel farmen und das kann man, glaube ich, ganz ohne Probleme auch mal eben so alleine oder zu zweit machen. Ja. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen! Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke! Danke!